Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder aus dem Krankenhaus raus. Ich mache jetzt mal was, was ich über ein Jahr nicht machen konnte. Übelst deep. Also zweierlei Hinsicht, nämlich jetzt kommt die Message des Tages. Genieß die kleinen Dinge des Lebens. Außerdem ist Sanji abgefallen, guckt mal. Das ist echt krass. Das ist fatalös. Jo Leute, wir fortsetzen, wir sind wieder am Start. Ich habe solche Dinge, ich verliere den Verstand. Ich zinn' mir doch...